Ja, nur ein P-Noob von hinten. Spray, äh ja, MLC-Noob. Toll. Freuen wir uns. Ich bin heute immerhin nicht mit Silencer. Besser als ihr. Wow! Wie kann man so dumm sein, bitte? Befremdlich. Wow, ja, natürlich. Ich war zwar schon um die Ecke rum und Camper finde ich auch nicht toll. Es ist derselbe Camper, der eben im Gebäude gecampt hat, ne? Das gibt's auch nicht. Immerhin, er hat seinen Campplatz für wenigstens zwei Sekunden verlassen. Okay, er ist tot. Schade, sonst wäre er jetzt sowas von tot gewesen. Ich hätte ihn ermordet. So. Mach ich kurz im Prozess. Hallo. Ähm. Komm doch. Nein! Ja, genug chubed. Cool. Finde ich super. Freu ich mich. Ja, du kannst dich nicht drehen, wenn du gestunt bist. Ja, du kannst dich nicht drehen, wenn du tot bist. Ey, haben wir's geschafft? Können wir die Spawn switchen? Dann haben wir nämlich so gut wie gewonnen. Wenn die nicht mehr campen können. Ist ja geil. Nein. Oh, ja, natürlich. Fucking lag. Das gibt's doch nicht. Kann ich sagen, dass ich mich mit lag so bald anfreunden werde. Gegner, ich hab' ich ja pay-blow. Naja, die Camper haben immer noch einen Aftermath. Ich kenn' mich jetzt halt auch mal. Ne, ich werd' vorher vom Pay-Vlog gewallhackt und geaim-bondet. Cool. Freu ich mich. Okay. Haha. Nicht mit mir. Ah, Marty. Ich bleib' hier. Finde ich... Ich find' die Ecke nice. Oh, ne. Die Camper haben gewonnen. Weil dieser verfickte Trottel... ... nie pay-blow gekriegt hat. Das gibt's nicht. So was find' ich immer nervig. Wenn man verliert, weil zu viele Noobs und Gegner intim waren. Naja. Kann man nix machen. Ich muss jetzt eh 10 Sekunden warten. Sonst, falls ich dem Spiel wieder joiner, dann ist wieder Connection-Timeout-Fail. Ah, okay. Blag! Sag' ich da einfach mal nur. Wow, was geht denn jetzt ab? Das denn. Vielleicht, dass ich mal wieder ein Spiel benutze. Oh ja. Mhm. Mann, ey. Was ist denn das für ein Leck? So, geht doch. Oh mein Gott. Weg hier. Wow, 500 Kills mit der Waffe. Sweet. Oh, jetzt erstellt hier ein Auto, hab ich geschickt. Wow, war ja auch sehr schwer. So. Den wollte ich nur noch töten. Jetzt hol ich mir die Spass 12. Ah, da lag man als Spass 12. Okay. Oh, ich hasse solche UMP-Deppen. So, aber ich hasse auch G18-Deppen, die ich dann... Oh, ne? Deswegen mag ich sie wieder. Weil sie total schlecht sind. Deswegen Free-Kill. Im Prinzip. Aber nur, wenn man nicht von Spass 12-Fuckern gekillt wird. Vorher. Noch einmal und ich lief wieder. Ja. Das ist wirklich kein herrliches Spiel. Muss wohl auch machen, so. Wie er es macht. Wie macht er es? Keine Ahnung. So. Oh mein Gott. Mann. Nein, einfach so. Der ist bestätig, wenn du bist da irgendwo. Ich muss aufpassen. So, UAV. Abgelaufen. Scheiße. Okay, nachdem ich das nächste Mal gestorben bin, weiß ich, wo die Gegner sind. Yo. Das will ich jetzt aber mal sehen. Ganz eindeutig, Freundchen. Was war das denn? Oh ja. Sponke. Supergeil. Da freuen wir uns. Oh nö. Der Trottel hat Harry. Das gibt's noch nicht. Ey, ich weiß, dass ich das überleben kann. Bin halt im Droh. Wo ist denn der Typ, der hier gerade langgerannt ist? Ey, ja. Ne, ist klar. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, wenn mich der Harry einmal tötet, lief ich. Aber. Tja. Finde ich nicht gut. Naja. Was für einen Titel hab ich gekriegt? Da. Geht doch. So. Was haben ihn jetzt schon wieder gekriegt? Taktik Einstieg. Wow. Es gibt nichts Besseres. So. Vielleicht soll ich mal suchen und zerstören. Ne, ich will ja Kills. Genau, genau. Genau, das war ja der Sinn dieses ganzen Spektakels. Ich will ja Kills, ne? Hier. Wir bräuchten noch. Oh, ja. Ne. Ich komm wahrscheinlich wieder ins selbe Spiel. Höre ich einen Harry? Ne, ich höre jetzt gerade keinen Harry. Scheint wohl doch ein anderes zu hören. Trotzdem. Nicht nett. Da ist jemand. Da war jemand. Korrigieren. Da ist er gerade einer? Ne. Hm. Hier haben schon alles lebt, ne? Schon wieder Harry auch. Na, toll. Da wäre ich wahrscheinlich wieder tausend. Okay. Enemy UAV. Finde ich auch nicht so toll. Ich will hier raus. Ne, ich will hier drin bleiben. Stealth-Comba. Schön. Wow, what the hell. Collateral. Ne, scheint doch der selbe Server zu sein, ne? Weil wieder so ein Vollmantel-Deb drauf ist. Was ist das denn? Mann, Alter. Geht doch. Ja, ist wirklich der selbe Server. Weil ich erkenne die Leute wieder. Debt doch nicht. Naja, gut. So. Das hat er verdient. Oh mein Gott, ey. Scheiß G18-Ficker. Will ich aber trotzdem mal sehen. Yo, ist klar auf die. Ich lief eh. Kann man ja nicht mehr gewinnen. Und gegen solche Trottel zu spielen, gegen solche kleinen Kitties, macht eh keinen Spaß. Von daher. So, wie viel Kist freu ich ihn jetzt noch? Oh, sind ja nicht mehr viele. Mach ich mal ein normales Team-Dev-Match. Vielleicht hab ich mehr Glück. Da. Hey, immerhin. Ich muss nicht warten. Hey, doch. Ich muss warten. Und zwar die volle Minute. Leck mich am Arsch, ey. Das gibt's noch nicht. Wie kann ein Spiel so schlecht programmiert sein? Recht unglaublich. Ich lache, wenn es jetzt schon wieder dasselbe Szenario ist. Ne. Gut. Nein. Was ist der denn? Was ist der denn? Oh, ja. Ein UMP-Match. Guck dir den Noob an. Wow. Wie schlecht mein Team-Match mal wieder ist. Was für ein Arschloch der ist, ne? Kommt ja nicht mal auf die Idee, Gegner zu töten. Nö, warum auch? Den lassen wir im Leben. Dumm, ey. Nö, du strommst hier nicht ruf. Nicht die Waffe wechseln! Verdammt noch mal! Was war das denn, Mann? Warum hat der ständig die Waffe gewechselt? Wie lame war das denn, Mann? Ohne da den Knopf drücken, ist auch nett. Enemy UMP im Arsch! Äh, viele Weaver will uns wohl eigentlich noch bespüren. Oh. Solange die es taket. Die es braucht. Bis sie ihre Lektion lernen. Möchte gern Quickscope oder so. Ja, möchte gern Quickscope. Der hätte mich so leicht killen können. Ich stand ja fast direkt vor ihm. Wahrscheinlich auch noch ein Deutscher. Das wäre sehr deprimierend, weil die Deutschen immer sehr dumm sind in diesem Spiel. Oh ja, und das lag mal wieder wie Sau. Ja, Mann! Lag weniger, please. Wie schnell ist der, bitte? So, Hass davon. So, Hass davon. Oh, naja, und dann wäre ich von der Predator getreten. Wahrscheinlich von irgendeinem Camper. Ja, eh von irgendeinem Camper. Oh ja, genau. Und der campt auch in unserem Spon. Auch schön. Super geil. Warum wechsel ich die Waffe an? Das mach ich. Ich geh mal besser hier rein, ne? Hier ist es sicher. Ne, hier ist nicht sicher, wenn da schon einer drin ist. Oh, komm, Mann, dort. Schöne Scheiße. Boom. Ha, ha, double kill for the win. So. Ist da einer? Nö, so gar keiner. I want my kills. Oh, Kommando. Super geil. Freu mich. Bin jetzt zweimal vorgekommandert worden. Freu mich. Und jetzt wurde ich gecampt von einem... G-18 Noob, der gleichzeitig auch noch laggt wie sonst was. Da freue ich mich extra doppelt im Breitbach. Und jetzt schon wieder auf so einen OMP-Trottel. Na, komm doch. Das hättest du nicht machen dürfen. Oh, und dann kommt schon wieder... Ja, und derselbe OMP-Trottel. Kämpft da immer noch. Das gibt's doch nicht. So. Krieg bald mal mein Slider-Fan Pro. Was ist das? Kümmer Slider-Fan Pro. Da hättest du schießen sollen. Dann wär ich vielleicht tot gewesen. Aber nur vielleicht. Da hättest du schießen sollen. Dann wär ich vielleicht tot gewesen. Aber nur vielleicht. Nein. Nein. Oh Gott. Die Noobs haben gewonnen. Because of Leida. Oh boy, ja genau. Lauf genau rein. Bist ja auch der Held der Welt. 24 Kills. Gut. Nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Und, äh, ja. Ne? Mit der M4A1. Alter, jetzt können mir auch keiner kommen. Ja, hast ja auch OMP benutzt. Tja. Mal sehen. Ne, nicht da. Da. Leck mich. Das gibt's auch nicht. Aber hier will ich plündere. Definitiv. Ne, noch nicht. Hm. M4A1. Rotpunkt. Yay. Ich hab eigentlich das so gemacht. Aber okay. Egal. So. Das dauert ja gar nicht lange. Aber es ist mir gerade egal. Oh yeah. String so lang einfach mal what. Also nicht what car, sondern what. Hallo. Soll ich jetzt für den Rest des Let's Plays so reden? Soll ich oder nicht? Ne, ich lass es einfach mal. Lustig war's trotzdem. Kann mir keiner was sagen. Aber vielleicht hätte ich wort und so. Ich mag die Rail nicht. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Ne, es ist noch nicht so gut. Boah, ich hab noch gewartet. Boah, ist mein Gewissen bereinigt.